IDM Terra Wärmepumpen heizen, kühlen, erwärmen Wasser für Bad und Dusche. Komfortabel, umweltfreundlich und gesund durch legionellenfreies Warmwasser. Wärmepumpen arbeiten mit einem Kältemittel, das bei niedrigen Temperaturen verdampft. Dieser Dampf wird mit einem Kompressor verdichtet und dadurch erhitzt. Das schafft die Temperaturen, die für Heizung und Warmwasserbereitung benötigt werden. Luftwärmepumpen nutzen die Umweltwärme aus Luft und werden entweder komplett im Garten aufgestellt, komplett im Haus mit Luftdurchlässen oder geteilt. Sehen wir uns die Terra CL Innenaufstellung genauer an. Sie findet leicht in einer Garage oder im Keller Platz und verschwindet komplett aus den Augen. Nur Luftschächte sind an der Außenmauer zu sehen. Mit der Heißgasladetechnik und der Kühlmöglichkeit bietet die Terra CL den vollen Komfort der IDM Wärmepumpenpalette. Eine Variante ist die Terra ML Luftsplit Wärmepumpe. Sie hat ein Außengerät im Garten und eine Inneneinheit im Haus. Sie arbeitet modulierend. Das heißt, dass sie sich an die wechselnden Wärmeanforderungen des Hauses im Lauf der Jahreszeiten anpasst. Wir sorgen in jedem Fall für Ihr Wohlbefinden. Mit Wärmepumpen von IDM und mit dem Know-how Ihres Installateurs.